Wo wir jetzt vor die letzten Jahre vor Selin gefischt haben, oben Richtung Gön auch raus, das ist dann für uns ein neuer Fangplatz gewesen, aber durch diesen Bau, vor allem mit dem Ilanji, was hier jetzt vorangehen soll, ist ja wieder ein begrenztes Gebiet, wo wir wieder Abstand halten müssen. Mit Schall hat das mit Schwingungen zu tun, ist klar. Dadurch werden ja auch wieder die Fische weiter abgedrängt, hat aber auch Einfluss auf die ganzen Seevögel plus etc. alles, was noch so im Wasser sich befindet. Bis zum nächsten Mal.